Es gibt wieder nichts vom Stubayer Gletscher, alleine durch unsere Seehöhe über 3200 Meter ist natürlich Naturschnee garantiert. Wir haben top-reparierte Pisten, wir haben herrliche Sonnenterrassen und deswegen mein Tipp, verlängere deine Skisaison mit Sonnenskilauf. Wir haben Skibetrieb bis zum 21. Mai, wir freuen uns, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020